entering the prefect keepsake fever 56 gegner das exit ist dort hinten schon wir werden höchstwahrscheinlich diese pfosten weg bekommen müssen ja gut wie machen wir das jetzt am blödesten ich habe viele raketen ja ganz easy das ist ja eigentlich auch recht klar was man machen muss einfach ein bisschen mit der schrotflinte drauf hier dann wieder zack zack ich wollte nicht runterfliegen das ist unpraktisch aber wir kommen hier auch wieder hoch dann danke fürs wieder hoch tragen dann gehe ich jetzt erstmal außen rum macht die revenants auf jeden fall dann noch weg das dürfte eh der letzte sein sogar oder und macht dann die typen hier auf diesen aussichtsplattform praktisch weg eventuell noch ein paar speck dass die da drin rumlaufen ja unter mir aber auch kein problem ich mache ihn einfach mit der schrotflinte drauf immer schön geht scanner zuerst und dann ganz systematisch einfach kein problem dann ist hier bestimmt irgendwo oder keinen spektrum mehr hier unten for real ok dann geht es wieder hoch holen wir uns hier die munition gucken wir mal wie wir jetzt hier reinkommen haben schon gut aufgeräumt kein problem aha aber das ist kein secret ok wäre auch ein bisschen arg offensichtlich gewesen na unkooperative imps hier also was zur hölle sterb doch einfach zack 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 aha hi perfekt wow haben die den kurz weg gemacht die typen seid brutal also ohne witz Mal kurz einen Mankobus zerstört, okay. Klar. Mach ich auch immer. Ja gut, mach ich echt. Aber wie schnell die ihn weggemacht haben mit ihren Chain Guns, ist schon heftig. Der Arm hatte gar keine Chance. Das sieht schon cool aus irgendwie, wie der da einfach so hängt, so kopfüber. Okay, hier kommen wir raus. Damit haben wir wahrscheinlich gerade einen Pfosten runterfahren lassen. Das müssen wir wahrscheinlich auf allen Seiten machen. Nehme ich mal schwer an. Ja. Also ganz easy eigentlich, dann sind wir hier wahrscheinlich auch sogar gleich fertig. Ja krass. Das ging sehr schnell dann wieder mal. Leider keine Secrets gefunden. Aber naja, vielleicht, vielleicht habe ich ja noch Glück. Oh, oh. Ah, zum Glück. Hier haben wir also ein kleines Secret noch. Haha. Interessant, interessant. Ich weiß ja nicht, ob ein schneller Strafe, nee. Der wird wahrscheinlich nichts nützen. Ich meine, ich bin da jetzt nicht so gut durchgekommen. Danke, hochfahrender, äh, äh, Dings. Hochfahrende Tür. Hehe. Easy, easy. Hahaha. Jetzt haben wir halt nicht mehr ganz so viel Rüstung von der blauen übrig. Und hier liegt, soweit ich weiß, nur eine grüne. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die mitnehmen soll. Ach komm, was soll's. Lohnt sich wahrscheinlich aber eigentlich noch nicht. Okay, wir haben noch zwei Gegner, Theorie, äh, zwei, vier Gegner irgendwo. Und ein Secret. Egal, jetzt springen wir hier erst am... Come on. Hier wieder zurück. Ah. Da ist der Rest. Oder? Ja. Ja, kein Problem. Kein Problem. W-what? Wie viele Items fehlen mir denn bitte? Ich muss irgendwie so einen richtig großen Haufen an, äh, äh, Health, also, ne, an so, ja, Health Replacement Pickups vergessen oder übersehen haben, weil hier so unauffällig sind. Naja. Aber gut, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Okidoki. Das Secret. Wir gehen logischerweise noch einmal rein. Dann gehen wir hier in das Becken. Zack. Zack. Bisschen Armor Boni. Und damit hätte man auch schon das Secret. Wenn die Auf Academy nennt, dass meinuren Kerr ist. Bis dann wieder zur Handelskapitel und durch zwei fre hence wissen, was ihr das bereit ist. Bis dann auch schon mal verDSmanden. bis jetzt mal runter."